Musik Ihr habt ja das ganze Festival im Motto Dream genannt und ich freue mich dann, dass das Prinzip der Wiederholung sozusagen jetzt ein Teil von dieser Idee von Traum sein kann. Ein Traum ist man vielleicht in einer Art anderen Welt oder Trance-Zustand, kann auch ein Tagtraum sein. Die Zeit steht still, man hat eigentlich keinen Parameter mehr, wie lange hat das jetzt eigentlich gedauert, war das fünf Minuten oder zehn Jahre sozusagen. Und das ist auch so ein Effekt von dieser sich wiederholenden Musik, dass man irgendwie die Zeitparameter auflöst. Das finde ich sehr faszinierend. Musik Diese Modelle der Wiederholung, die sich durch alle Zeiten eigentlich ziehen, weil ein Bogen beschlagen wird von der alten Musik zur ganz zeitgenössischen Musik. Musik Und dieses Prinzip der Wiederholung einen in so eine Art Trance-Zustand, fast auch als spielende, bringt es. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020